Das ist Herr Schmidt. Herr Schmidt führt einen ambulanten Pflegedienst und eine stationäre Pflegeeinrichtung. Gesetzlich ist er verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen. Die Regelungen, die er für sein QM-System trifft, muss er auch dokumentieren. Herr Schmidt überlegt, wie kann er die hohen Anforderungen zeitsparend und professionell erfüllen. Ein Glück, dass die H&S-Autoren das VDAB-QM-Handbuch entwickelt haben. Das Handbuch besteht aus vorformulierten, ausschließlich praxisrelevanten Texten. Von Stellenbeschreibungen über Prozessabläufe bis hin zu Pflegestandards ist alles dabei. Herr Schmidt ist glücklich. Genau das braucht er. Per Word oder Excel passt er die Texte ganz leicht an seinen Pflegedienst und sein Pflegeheim an. Das VDAB-QM-Handbuch deckt drei Qualitätslevel ab. Level 1 enthält alle Anforderungen, die ein Pflegedienst oder Pflegeheim für die Qualitätsprüfungen des MDK bieten muss. Level 2 entspricht dem Anforderungskatalog der ISO 9001, der Grundlage für Zertifizierungen. Level 3 ist die Basis, um nachhaltige Erfolge nach ISO 9004 zu erreichen. Herr Schmidt entscheidet selbst, welches Level er für seinen Pflegedienst und sein Pflegeheim anstrebt. Er startet mit Level 1, plant aber sein Qualitätsmanagement später mit Hilfe des Handbuchs weiterzuentwickeln. Damit er immer auf dem neuesten Stand ist, bestellt er den Update-Service mit der Möglichkeit einer jährlichen Kundenbefragung dazu. So können sich Herr Schmidts Pflegedienst und sein Pflegeheim sehen lassen. Die Mitarbeiter wissen nun immer, was und wie etwas zu tun ist. Bei Kunden, Partnern sowie Prüfbehörden schafft das QM-System höheres Vertrauen. Herr Schmidt ist rundum zufrieden. Das VDAB-QM-Handbuch ist ihm eine große Hilfe und er konnte die Qualitätsanforderungen nachweisen. Das können Sie auch, selbst wenn Sie kein VDAB-Mitglied sind. Bestellen Sie noch heute Ihr VDAB-QM-Handbuch und bauen Sie in kürzester Zeit ein belastbares QM-System auf.